Wenn du Feuer machst, dass dann alles anfängt zu brennen. Nee, kenn ich nicht. Mir passiert sowas nicht, Junge. Wie behindern wir manchmal reden. Ist da der Hammer? Das ist der Hamme. 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 Vor allem dieses Feintuning, was ich hier mache, weil ich die Treppe schön haben will, weißt du? Also, aber bei dem Sfex, der Tropenholz hat, gefällt mir überhaupt nicht. Das finde ich sogar richtig scheiße. Echt? Ja, super scheiße finde ich das. Da muss ich gleich mal gucken. Also, im Gegensatz zu dem anderen sieht das mega scheiße aus. Wie so ein Haufen Kacke an der Decke. Ja, das andere war eigentlich nur farblich anders gesetztes Holz. Ja, das fand ich eigentlich gut. Ja. Weil, also die Farbe, die geht gar nicht. Da muss ich mir gleich mal einen Blick erlauben. Da, kannst du dir einen Blick erlauben. Aber guck mal, das sieht doch voll scheiße aus, die Farbe, oder? Findest du nicht? Ne. Ne, also ich finde die voll kacke. Ich mache die wieder raus. Ich kann dir helfen. Ey, was soll das? Nein, nein, nicht. Ich helfe dir. Nein, was soll das? Haha, meine Steine. Boah. Wo komme ich denn hier raus aus dem Scheiß? Ey, du musst die Treppe runtergehen, wo du gerade warst. Wo ist die denn? Ja, wo du gerade rumgehackt hast. Ach, hier. Vollidiot, ey. Ja, zum Glück hat er mein Lager nicht gefunden, ey. Welches Lager? Hau ab da unten. Ach, verdammt. Hau ab. Hau ab. Du kriegst meine Steine nicht. Steine? Dann geh ich wieder rein. Ah. Nein. Hau ab. Ach, es sind eh keine Steine mehr drin. Okay, ich bin weg. Ja, Mauer hat bloß zu, wenn du gehst. Junge. Ich habe die Steine eh alle im Inventar. Da habe ich Zugriff drauf. Bitte? Da habe ich Zugriff drauf. Ey. Hau ab. Ich bin doch weg. Ja. Du guckst bestimmt gerade, was ich im Inventar habe, per Befehl, ne? Das geht nämlich. Echt? Ja, das geht. Aber ich sage jetzt nicht wie. Hau ab da. Das ist meine Kiste. Ich krieg ganz mal in den Scheiß. Aua. Ja, hast du verdient. Ich glaube, ich baue da mal so eine Falltür ein, die ich von oben drücken kann, wenn du vor mir abhaust. Und dann stürzt du in die Tiefe. Oh, das wäre geil. Ey, coole Idee. Nein. Keine coole Idee. Ich mache, dass ich die ganze Treppe einklappe, so eine Rutsche. Nein, das geht ja gar nicht. Das wäre aber geil, wenn das gehen würde, zu so einer Rutsche. Oder geht oben so ein Dispenser an mit Lava drin. Mit so einem Indiana Jones Stein. Der hinter dir herrollt. Und geil wäre dann auch diese Notenblöcke, die die Melodie machen, wenn du runter rennst. Ja. Aber das war das A-Team. Ja, egal. Die hatten bestimmt auch mal so einen Stein. Äh, was mache ich hier eigentlich? Ich beobachte dich. Genau, so ein bisschen Fistmechanik immer reinmachen. Du beobachtest mich? Wieso? Denkst du, ich führe etwas im Schilde? Kennst du diesen alten Ommas und Oppas, die ganz am Fenster rumgammeln? Ja. Wieso? Die sind ätzend. Ja, die sind ätzend. Sonst nix. Genau. Aber kennst du die? Die sind ätzend. Da denkst du, da kommt das Vollwertschlimme so. Die gehen mir voll auf den Sack. Kennst du Nazis? Die sind voll ätzend, Mann. Genau, die sind voll abgefuckt. Ehrlich. Die haben voll was im Hirn. Nicht. Genau. Obwohl ich finde den auf Deutsch nicht so cool. Irgendwie. Mit dem Nicht. Das kommt ja eigentlich aus Amiland. Achso, ja. I like you. Not. Auf Deutsch finde ich das voll Panne irgendwie. Ich mag dich. Nicht. Ja, okay. Dann macht es ja wieder Sinn, aber. Oh, der Heiko schießt. Wie der schießt. Schießt, Heiko. Schießt. Falscher Report. Der wird bestimmt nur Pfeile geben. Dankeschön. Vielen Dank, Heiko. Womit schießt der denn? Wo? Warum? Hättest du nicht Level 20, wärst du jetzt tot. Aber einen kriegst du ab. Ist der da oben oder bist du da? Ne, der Heiko ist da unten, ne? Ja, guck mal. Renn lieber weg. Ich glaube, der wird angeschossen und angebrannt. Oh, mein Gott. Hört sich wie ein mit 3x bewerteter Film an. Hau ab mit deinen Feuerdingern da. Nein, das sind die meine. Das ist alles aus Holz. Ah! Das wäre so ein Absturz, wenn das wirklich brennen könnte, ne? Das ist so geil. Ah, sauber. Dankeschön. Das wäre richtig Absturz, fände ich. Irgendwie. Meine TNT-Vorräte wachsen. Eure TNT-Vorräte wachsen, Sire. Das war doch so ein Spiel, ne? Der Stronghold war dann doch. Die Menschen verlassen die Burg. Ja, gibt ja auch seit sieben Monaten nichts zu essen. Komisch. Warum verlassen die dann die Burg, die Penner? Weiß ich auch nicht. Dann kann ich ja nicht mehr lange dauern, ne? Wie es was zu essen gibt. Voll verwöhnte Scheißbürger. Echt, ey? Was die sich denken? Voll die Ansprüche so. Ja, voll ätzend. Wollen essen. Ja, so weit kommt es noch, oder was? Ne, sehe ich ja gar nicht ein. Euer Volk lüstet nach Sex. Sire. Euer Volk braucht eine Orgie, Sire. Das ist dann so der letzte verzweifelte Aufruf, so. Party People. Auch in dem Tonfall, so. So ganz normal, so. Peter, sollen wir nicht nächstes Mal unsere Gay-Episode machen? Dann denken die an echt noch. Ja, ne? Dann denken die ja eh schon. Ist doch nicht schlimm. Also wir hatten mal die Idee, so ein bisschen angeschwult zu reden. Ja, aber nur so ein bisschen. So 15 Minuten lang. Und ich finde halt voll gut, dass der Peter da mitmachen will. Ich glaube, dann holen wir noch einen Schnupfen, dann geht das besser. Ja, ne? Das stimmt. Obwohl, die Dani hat schon wieder einen Schnupfen, ey. Ja, geil. Dann hast du den ja schon im Haus. Brauchst du nicht mehr besorgen. Toll. Super. Brauchst du dich nicht mehr ins Wartezimmer setzen, bis du einen hast. Au. Was machen sie hier überhaupt? Ja, ich sitze hier nur. Ich wollte einen Schnupfen haben. Boah, hat der Heiko denn so viel TNT her? Ist ja der Hammer. Hat noch so viel im Lager. Geil. Ja, wir haben voll viel Creeper getötet. Ähm, haben wir noch Platz für eine Endertruhe hier? Gib dem Peter nicht so viel TNT. Heiko? Das ist, nee. Ich glaube, acht Blöcke haben wir, ne? Obsidian und Magma-Creme hast du auch? Weißt du, wenn du dem Peter TNT gibst, dann ist so, als ob du den Sudan mit Nuklearwaffen bewaffnet. Das ist einfach keine gute Idee. Mehr muss man nicht sagen. Das meinst du also, wenn ich hier alles hochjagen lasse? Ja, gib das lieber mir, weil ich, äh, ne? Ich mach das sinnvoll. Lässt sinnvoll alles hochjagen. Ja, genau. Ich hab ne Ideologie dahinter. Ich musste mein Haus jetzt umändern, weil mich das abgefuckt hat. Echt? Das hat dich abgefuckt? Und ich gebe zu, ein Design-Element hab ich mir gerade geklaut. Was, bei mir? Ja. Was? Ein Stein. Was hast du gestohlen? Nein, Quatsch. Du Schwanz. Ich fand nicht schlecht, dass der Boden nicht bis zum Rand geht, sondern kurz dafür aufhört. Ach so. Das fand ich sehr nice. Ey, ist Copyright geschützt, Peter, geht nicht. Machst du bei YouTube so eine Copyright-Verwarnung? Genau. Ich hab das gemacht. So der simpele Block-Penis. Drei breit und in der Mitte drei hoch nur. Den lass ich mir schützen als Logo. Genau, wenn da einer nachbaut. Hast du das mitbekommen, dass sich jetzt welche dann schützen lassen wollen? Wobei? Ja, um das auf T-Shirts und Kappen und so zu drucken. Und auf Kleidung. Ach so. Ja, das ist doch affig. Oder? Das gab es doch schon voll lange. Ja, vor allem fangen die jetzt bald an, das Alphabet zu drucken. Man muss dann was bezahlen, wenn man einen Text schreibt oder was. Zu patentieren, das Alphabet. Ich meine, das ist ja im Prinzip nichts anderes. Ja, stimmt. Ist doch Banane. Komm, wir versuchen halt auch mit dem Ausrufezeichen. Du willst dann nur haben, weil Ted und Ed gleich ist. Ja, eben. Aber ich glaube, so viel kann ich nicht bezahlen denen. Nein? Dann kannst du das auf T-Shirts drucken lassen. Und das kaufen ja alle. Ja, toll. Boah, homo, ey. Ich könnte mich auch dead schieben. Könnte ich mich auch mit dem Ed schreiben. Ja, stimmt. Dead. Wäre ja auch Pondels. Wie mir hindert dich ja im Bau. Ted, ein brennender Pfeil, ne? Ey. Ah, der Pillar steht da. Boah, lass es. Du kennst mein Glück. Boah. 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 Das ist, der leckt so genau vor meinem Gesicht, aber dann brenne ich nicht. Das wäre krass, wenn man so eine Feuerspur hinter sich herziehen würde, wenn man brennt. Und alles brennt. Genau, und alles brennt. Wäre doch auch awesome. Awesome? Ja. Awesome. Es ist in einer How I Met Your Mother Folge, wo der eigentlich sagen will, halt so awful, er findet es eigentlich scheiße, dass Ted und Robin eine Fickbeziehung haben. Und dann ändert das aber noch schnell. That's awesome. Achso. War ganz cool. Barney ist eh der Beste. Ja, irgendwie schon. Obwohl ich auch den Marshall ziemlich cool finde. Ja, der ist super für dich. Also, aber so eine Beziehung hätte ich gerne, wo beide so fertig sind. So fertig. Aber vielleicht stellt sich das ja noch aus. Ja, wer weiß. Wer weiß. Du bist ja noch am Beginnigen. Eben. Vielleicht kann ich die auch so manipulieren, dass sie so fertig wird. Du hast übrigens noch das gute Buch, ne? Welches gute Buch? Zu manipulieren. Ja, das habe ich noch. Du wirst es mir nicht geben, weil ich dann eine Waffe werde, ne? Ja, eben. Auf einmal machen die Leute auf der Arbeit irgendwas so. Was machen die denn da? Klaus bohrt in seine heißgeliebte Pfeilbank. Und macht dann eine Glasflasche kaputt, weil er denkt, die sind böse. Ja, genau. Die sind böse, Peter. Böse. Ted, die sind böse. Was? Oh. Klaus, was machst du denn da? Ich verstehe das nicht, Klaus. Wieso? Das wäre doch cool, wenn ich das könnte. Ja, ich meine, so manipulieren kannst du damit jemanden nicht. Na gut. Doch, ich schon. Na. Nein. Nein. Aber man sollte das auch nicht einsetzen. So. Ja. Achso, er will mich noch entschärfen, oder? Ja, ich will dich noch entschärfen. Ich will da nur unterschwellig in den Videos einsetzen. Damit die Leute Nacht um Nacht die Video immer und immer wieder gucken, ne? Genau. Und gar nicht wissen, warum sie das machen. Oh. Boah, ich hab mich schon wieder dabei erwischt, wie ich vier Stunden Debitos-Videos geguckt hab, die ich schon kannte. Ja. Und alle anderen gehatet hab währenddessen. Und nur Werbung für Debitos-LP gemacht hab. Krass. Merkwürdig. Wieso? Wieso macht man das? Na, es haben genau die Treppen nicht gereicht für den Scheiß. Aber hast du ja gesehen, unser Praktikant, ey, der hat voll das Hightech-Handy. Hör auf, Eier hier reinzuwerfen. Das bin ich nicht, diesmal. Ich hab das... Ja, diesmal. Ja, diesmal. Witzig verarscht, komm dir gleich da rüber und fackel deine Bude ab da drin. Der hat voll das Hightech-Handy, wer hat der denn? Der hat so ein neues halt, so voll groß und am leuchten mit farbigen Bildschirern. Ich glaub, Cleverphone heißen die, ne? Kann das sein? Cleverphone, ne, oder? Die sind voll schlau. Ja. Ach Mist, da wo ich die Treppe gebaut hab, kann ich dieses Schema nicht weiterführen. Das mach ich mir alles rückgängig. Weißt du, was ich aber auch immer noch blöd finde, hier bei Minecraft? Nein. Jetzt haben die das schon eingebaut, dass der automatisch diese Better Stairs die Ecken macht, ne? Ja. Aber die Ecken sind immer noch nicht beleuchtet. Bei mir schon. Echt? Oh ja. Ja gut, dann hab ich nix gesagt. Mojang, ihr seid super. Top, die Watte quillt. Ja, ihr seid Hammer. Also, das Design-Element von dir, das passt nicht in mein Haus rein. Wat? Mit dem Boden, do? Ja, mach ich wieder weg. Das ist total der Scheiß, den der da gemacht hat. Ach, ne, der Boden ist sexy, immer. Der ist dufte. Also, ich baue ihm das Haus zu ändern, mach ich mal die Aufnahme an. Boah, ich schlag dich so, wenn das wirklich so will ist, ey. Wir können ja nicht immer alles aufnehmen, was wir jetzt auch können. Das macht ja gar keinen Sinn in einem Let's Play. Nee, eben. Boah, ich weiß, ich bin so blöd, ne. Ich mach mir immer wieder Treppen, aber denkst du, boah, das muss reichen. Und das reicht absolut nicht, ne? Nee, und dann renne ich wieder runter und mach mir wieder Treppen, die dann wieder nicht reichen. Ach, verdammt. Immer ein Torfelskreis. Was machen meine Dschungelbäume? Sind die schon da oben? Ey, der kommt hier reingerannt und bewirft mich in meinem Haus mit Eiern. Das mach ich bei dir auch im Real Life. Mit wessen Eiern, ey? Ja, mit meinen, natürlich. Ach, mit den Knickern? Das ist ja nicht schlimm dann. Ja, mit den Knickern. Ja, mit den Knickern. Ja, mit den Knickern. Ja, mit den Knickern. Ja, mit den Knickern.